moin moin liebe senioritas liebe buddelnden zwerge und artefakte kräftende zwergen zwergen gut hätte jetzt mal gesagt nein keiner ist schon vier monen dabei guck mal da hat er sich das genau aufgehoben hier direkt im start einmal ein schönes abo haben und wäre hier einmal das ding hätte ich tatsächlich am liebsten auch ich mache nur mein gesicht weg machen so das hätte ich tatsächlich auch am liebsten app gesteuert also dass das mit zwitsch verbunden ist und immer seifenblasen kommen wenn wenn ihr was da war ich das irgendwie hinbekommen wollte eigentlich nur so ein kipp schalter der das hoch und runter drücken kann aber das mache ich dann wenn die mögliche sind geht alles bestimmt passend zu meinem geburtstag komme ich doch gerade rechtzeitig auf in die zwergenfestung schneikeider herzlichen glückwunsch wert bist du geworden wenn ich fragen nach schneikeider wir können mal ganz kurz gucken jetzt zur feier des tages was du gerade machst wo du stellst etwas zu einem lagerraum ja das macht man den wortel selbst noch mal habe ich mir sagen wie geht es hier ich meine nicht in echt ich meine in den wortel sie es in echt geht es relativ ich habe heute ein viertel jahrhundert hinter mir gott noch mal so jung sein wäre schön hallo mutti da musst du den schalter durch einen raspberry überbrücken ja sowas kann man bestimmt alles voll cool machen wenn man weiß wie es geht ich muss noch nicht was deine gedanken schneikeider du bist euphorisch weil du dich betrunken hast du fühlst dich erregt weil du dich daran erinnerst dass du mit deiner geliebten gesprochen hast du bist genervt weil du kein getränk zum anstoß mit zum trinken hat ist du hast dir eine performance angeguckt du hast in einem fantastischen speisesaal gespeist du warst im schneesturm naja lustvoll hast du mit deiner partnerin gesprochen naja kannst mal sehen sowas machst du also die flasche mit steht neben mir und mit der liebsten passt auch und das ist doch nur dass deine liebste seno heißt ich hab's durchschaut das ist okay ich würde anstoßen aber ich habe nur tee und das ist auch okay so wir waren stehen geblieben wir machen noch mal eine ganz kleine base tour es ist ja schon wieder ein tag her wir sind dabei hier unten noch unsere schlafräume zu optimieren hätte ich jetzt beinahe gesagt hier die sollen noch alle verschönert werden das ist soweit ganz gut damit wir hier die räume dann auch alle hübsch machen können bisschen was fehlt da noch damit wir die schlafzimmer fertig machen können und wir hatten glaube ich gestern genau hier das erst mal unsere masons fertig gemacht hier oben werden steine eingelagert und eine ebene weiter drunten sind jetzt hier die ganzen leute und machen ihre steintüren koffer und so weiter jetzt ist es so dass wir hier über den vier über den vier werkstätten quasi lagerräume für die materialien haben die sie zum bauen brauchen also die steine und ich habe ja auch so eingestellt dass sie nur steine von oben nehmen dürfen das problem an der ganzen geschichte ist dass wir jetzt noch keinen lagerraum haben wo wir die fertigen materialien lagern die liegen hier oben alle noch in unserem ganz mal haupt gang rum das ist nicht unbedingt sinn der sache von daher werde ich mal gucken ob ich nicht vielleicht hier drüben jetzt irgendwie gleich noch mal was basteln kann ich meine ich habe hier die gänge das heißt theoretisch könnte ich ich gucke mal auf welcher höhe das ist wenn ich jetzt zum beispiel sage es sollte hier eine treppe nach unten entstehen und hier eine treppe nach unten entstehen wir könnten die treppe auch direkt nach oben noch machen ich mache es mal auch noch die treppe nach oben also dass sie eine ebene von hier aus gesehen eine ebene nach oben und eine ebene nach unten geht dann könnten wir jetzt hier quasi lagerräume machen und zwar überlege ich mir das ungefähr so auf der größe vielleicht damit es ein bisschen hübscher aussieht machen wir das ganze noch mal ein breiter schon muss auch ein bisschen was reinpassen und machen hier durch kann machen hier durch kann wissen was machen wir hier auch noch ein durchgang lassen das hier noch durchlaufen noch drei felder weiter dann machen wir unten so eine art groß lager hin würde ich sagen eigentlich sind hier die schlaf gemächer und so das ist mir dann tatsächlich schon ein bisschen zu weit weg aber vielleicht gehen wir bis hier bis da machen wir nur noch zwei breiter dann finde ich das optisch glaube ich schon mal gar nicht so schlecht dann haben wir da und da treppen nach unten dann könnten wir wenn ich mich jetzt nicht täusche ich muss das mal anzeichnen hier haben wir die äußere treppe das heißt wir würden hier zwei nach oben gehen und hier haben wir dann den äußeren den können wir auch zwei nach oben gehen und dann könnten wir hier die nächsten workshops bauen das habe ich gemacht indem ich den gang hier durchlaufen lassen dann noch ein zwei drei vier weiter 1 2 3 4 felder nach da dann gehen wir nach oben haben hier den breiten gang und jetzt müsste ich diese workshop konstruktion hier reinlaufen lassen können da haben wir ein nach da den nach da den nach da dann drei felder dann ein gang nach unten hier den doppelten gang ein feld nach da drei felder und im grunde dann so wenn ich mich nicht täusche und haben wir hier den durchgang hier haben wir direkt vier nach unten dann haben wir hier noch mal drei drei den durchlaufen den durchlaufen drei so ihr könnt noch kurz gucken ob ich das dann so äquivalent nachgebaut habe dann kommt hier ein dreier workshop da ein dreier workshop da ein dreier workshop und da ein dreier workshop rein hier müssen allerdings dann treppen nach oben weil da dann quasi der lagerraum für die holzverarbeitung entsteht und da meine wunderbare mitbewohnerin gerade nach hause gekommen ist werde ich die mal ganz kurz begrüßen mal kurz mit ein bisschen was absprechen genau da mache ich hier quasi einen lagerraum zwischen den können wir dann ja so sogar verbinden und dann haben wir quasi hier gleich holzverarbeitung und dann kommt hier oben holz rein da liegen steine und alles was sie gebaut haben könnt ihr dann unten da rein bauen das gucken wir uns gleich an ich mute mich mal eben ganz kurz Leute genau wir speichern mal einmal kurz und dann beantworte ich gleich eure Fragen und dann sehen wir weiter save and continue playing genau wir nennen ihn wieder nennen wir ihn diesmal zwei ich werde einfach so alternierend die Zahlen nehmen da durchgehen wann fängst du an verteidigung zu bauen zählen bürgen dazu Bögen benutzen Elfen wir benutzen keine Bögen Brett Fan schmeiß dich hier gleich raus wir benutzen Armbrüste Bögen bist du so ein Baumkuschler streichelst du in deiner Freizeit Eichhörnchen so geht es ja schon mal gar nicht Corporate Paolo hoffentlich kommt eine Deutschpatch raus bin nämlich nicht so gut in Englisch da kannst du lange drauf warten vielleicht eine Mod vielleicht eine Mod vielleicht moddet das jemand aber es ist halt sehr schwer zu übersetzen tatsächlich sehr viel weil es sehr 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 textlastig ist und die Grammatik zwischen Deutsch und Englisch einfach grundlegend anders ist und weil hier jetzt viele zufalls generierte Texte sind würde das glaube ich schrecklich sein aber ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Pausenbildschirm und wir sehen uns hier in zwei Minuten wieder Moin Moin du geiler Fabrikbesitzer und wir sehen uns hier in den ganzen Zeitpunkt und wir sehen uns hier in den ganzen Zeitpunkt für den heutigen Platz wie muss ich nun sind und wir sehen uns hier in den ganzen Zeitpunkt bei mir wieder Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also es ist nicht so extrem. Vor zwei, drei Tagen haben wir es gefällt. Kannst du die, kommst du an die Lampe ran, dass die einmal hier so auf meine Haare, also einfach nur den Sockel drehen, genau. Ja, also selbst da, selbst im besten Licht quasi sieht man es, ich bin nicht gebrochen, Seen und Tod, Stream vorbei, sieht man es halt nicht so krass. Aber wenn du jetzt mal herkommst mit den Haaren, aber wenn du jetzt mal herkommst mit den Haaren, man merkt halt einfach, wie die strahlen, das ist so krass. Du siehst du siehst aus wie aus dem Cyberpunk Comic. Manga. So, jetzt musst du das wegdrehen und ja. Wir mussten eben beratschalten, wie wir das mit dem Essen machen, liebe Leute. Ich darf noch eineinhalb Stunden spüren und lass mich dann bekochen. Mach mal ruhig aus, glaube ich, wenn dich das nicht stört. Mach mal so. Dass du zu dunkel ist, kann ich, ja, ist furchtbar. Kann doch hier so machen, das ist ein bisschen heller. Ist mir egal. Ist mir egal. Oder ein Mensch, der lohnt es. Um das kurz zu erklären, normalerweise versuche ich zu streamen, deshalb werden sich meine Streamzeiten auch immer ihrem Arbeitsplan anpassen, dass ich quasi streamen, wenn ich alleine bin, aber, voll gut die Haare, ne, finde ich auch. Aber, heute hatte sie spontan einen anderen Schichtplan quasi oder hat was anderes zu tun und deshalb. Ist sie jetzt schon da? Ich habe noch mal ein neues Capucino geholt. Noch mal. Ich weiß nicht, Capucino. Ja, äh, ja. Das hab ich gut an. Nehm ich. Okay, so, weiter geht's. So, jetzt können wir weiterführen. Sorry für die kleine Interruption, ja. UV-Aktiv-Sehnung. Was, UV-Aktiv? Ich weiß nicht, was du meinst mit UV-Aktiv. Ich habe mit Sonnenlicht nichts am Hut. Ich habe mir heute tatsächlich meine Vitamin-D-Tabletten geholt, weil ich sonst sterbe, hat mein Arzt gesagt. Er hat sich das ganz so drastisch ausgedrückt, aber so ungefähr. Aber das ist die Bootstab, die er mir eigentlich geben wollte. Äh. Seenlussare sind demnächst rot, grün, weiß. Mega gut geworden. UV-Aktiv. Äh. Wurfechse, die man als Bogenbauer herstellen kann. Wurfechse, glaube ich, gibt es tatsächlich bis jetzt noch nicht. Nicht, dass ich wüsste, Bradfan. Du bist legendärer Bogenbauer? Warte, da muss ich jetzt noch kurz gucken, Bradfan. Äh. Units. Du bist legendärer Bogenbauer? Warum habe ich so viele legendäre Leute am Start? Seenuas und Seenomitazis ist ein eigenes, das zu bekämpfen. Das ist derselbe Beruf. Also man macht Elfen, kämpfen mit Bögen, Boblins, glaube ich, auch. Menschen, glaube ich. Auch. Nur Zwerge haben, glaube ich, Armbüsse, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht haben Menschen auch Musketen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Und ich glaube, es kann auch sein, dass das gemodeltest Warfortress war, was ich gespielt habe. Da gab es auch noch Blasrohre und so. Aber wo wechseln bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob meine Haare UV aktiv sind. Ich werde berichten, wenn ich das nächste Mal im Sonnenlicht war, irgendwann dann im, weiß ich nicht, Mai. So, wir spielen jetzt ein bisschen weiter. Hier lenkt mich nicht so viel ab. Genau. Also wir haben das hier designated. Das finde ich, glaube ich, eigentlich dann auch ganz gut. Geil, es wird gesaved, weil wir Jahreswechsel haben. Wir sind jetzt im Winter angekommen. Wir haben den ersten Moonstone. Den ersten Mondstein. Ach, ihre Haare. Keine Ahnung. Blondiert und dann mit cooler Farbe drüber gepanscht. Ja, ich glaube, ich lasse mich mal nächstes Mal auch blondieren. Dann knallt das so richtig rot. Boah. Allerdings wird mir halt auch schwindelig, wenn ich daran denke, was sie beim Friseur bezahlt hat. Nur das Blondieren. Nur Blondieren. Kein Schneiden, kein Waschen, kein Föhn. Doch, gefühlt wurde aber kein Waschen, kein Schneiden. Und nicht das Lila reinmachen. Nur Blondieren. Nur. Nur Blondieren. Hat sie 180 bezahlt. Trinkt halt 190 dann. 190 Euro fürs Blondieren. Und da war halt, wie gesagt, die eigentliche Haarfarbe noch nicht mit dabei. Das ist echt brutal. Ja, schwarzig Beleuchtung ist hier tatsächlich mit bei. Ich glaube, das ist jetzt gerade sogar schwarzig. Ich glaube, es ist schwarz. Oder das. Verwechseln mal. Das ist doch nicht so. Aber das sieht man halt auch nicht so gut. Das müsste dann halt auch von vorne und nicht von hinten kommen. So beleuchtet es halt für meinen Rücken. Ich habe mir ja für die Lichtsituation eigentlich... Oh, das hat mir noch gar nicht gesehen. Warte mal hier. Ihr könnt euch nebenbei mal anhören. Reddit. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich kann das auch so machen. Ich habe keine Ahnung, warum du den Chat nicht sehen kannst. Habe ich das irgendjemandem geschickt gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mich mal kurz versuchen. Ich habe nämlich meine letzten Amazon... Ja, ich glaube, ich muss das über Signal machen. Moment. Ich muss euch eine lustige Audio schicken. Kurz erklärt. Amazon wollte mir ein Paket zustellen. So weit, so gut. Mittlerweile braucht man aber... Oh, ich muss Signal sich updaten. Oh, nö, da habe ich gerade Bock drauf. Ich mache das nachher in der nächsten Stream-Pause. Ach, drauf geschissen. Ja, aber jetzt ist es auch schon an. So lange muss ich das jetzt auch nicht updaten. Also, ich habe bei Amazon 2 zum Black Friday zwei Amazon Keylights bestellt. Kennen dir vielleicht. Die Dinger benutzen sehr viele Streamer. Ist das aber auch ganz okay. Problem ist, dass ich ein Einmalpasswort bekommen hätte sollen für die beiden. Also, der Lieferant war da und wollte mir aber mein Produkt, meine beiden Keylights, nicht geben, wenn ich ihm nicht ein Einmalpasswort mitteile. Und dieses Einmalpasswort habe ich aber leider nie bekommen von ihm. Beziehungsweise von Amazon. Vielen Dank. Und das hat mich halt so unglaublich genervt, dass ich da einen Reddit-Post drüber gemacht habe. Und jemand hat sich dann meine Tirade quasi genommen und die vertont. Und da habt ihr jetzt einen Link. Müssen nicht jetzt hören. Speichert euch das mal ab. Da hat jemand mit einer sehr angenehmen Stimme, der wirklich ziemlich nice als Synchronsprecher ist. Also, ich meine Tirade quasi genommen und die vertont. Super. Machen wir vielleicht nachher in der Pause, hören wir uns das zusammen und dann am Ende. Ist halt richtig gut geworden. Das ist halt wirklich eins zu eins meine echten Erlebnisse. Mittlerweile habe ich die Bestellung storniert. Leider. Deshalb sind meine neuen Keylights immer noch nicht da und ich muss überlegen, ob ich mir das nochmal antun will. Weil das irgendwie so verbuggt war mit diesem scheiß Passwort, dass du nicht angekommen bist. Das hat mich so genervt. Ihr macht euch keine Vorstellung. So, was haben wir ja alles. Ähm, das kann weg. Das kann weg. Wir haben verschiedene Besucher. Das ist okay. Wir haben verschiedene Erzsatz gefunden. Das ist okay. Team Killer hat ein Artefakt hergestellt. Ein sehr legendäres Bett. Und zwar das Holzbett aus Pikanholz. Was immer das genau ist. Und er hat es den blutigen Bärten, also unserer Zwergenzivilisation, angeboten. Was halt super cool ist. Der Tisch ist auch noch nicht angekommen. Zwischen dem 7. und den 12. ist das neue Lieferdatum. Also bis spätestens nächste Woche Montag. Hoffentlich. Ja, das ist echt ärgerlich, dass das so lange dauert. Weil wir kommen ja sonst nicht so wirklich weiter. Ja, ja. Ab jetzt brauchst du bei Amazon Paketpasswörter ab einem bestimmten Warenwert. Ich glaube halt, dass das Problem ist, weshalb das bei mir nicht geklappt hat. Ich habe mir zwei Keylights bestellt. Kosten 105 Euro alleine und zusammen als 210. Und ich glaube, 105 Euro ist zu wenig. Dafür brauchst du kein Passwort. Aber weil sie beide Lichter in einen Karton gepackt haben, brauchte ich ein Passwort. Aber Amazon hat halt nicht registriert, dass die mich nach dem Passwort fragen werden. Gleichzeitig mussten die mich aber nach dem Passwort fragen. Und ohne Passwort kommst du nicht ran. Ich habe mir meinen Perl so den Lieferdienst hingehalten. Hey, guck mal, das bin ich. Das ist mein Name. Ich bin Sebastian Freud, der Scherdeck. Und auf dem Paket steht genau das im Namen. Gib mir doch bitte das Paket. Und er so, nee. Ohne Passwort kann ich dir das nicht geben. Ich bin mal einfach. Geht nicht. Oh, da von ganz oben. Oh, so nervig. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Alle Zwerge sind benannt. Ich glaube, die Dings ist offen. Die Liste, in die ihr euch eintragen könnt. Also Ausrufezeichen Zwerg. Wenn ihr noch nicht in der Liste seid, dann kommt ihr da rein. Und wir warten jetzt mal, bis die Buddler hier noch ein bisschen gebuddelt haben. Ich glaube auch, bis dahin werde ich mal sagen, dass sie hier nicht weiter verschönern sollen in dem Bereich. Weil davon haben wir halt quasi nichts. Erstmal soll hier drüben im besten Fall unser neues Handwerkszentrum entstehen. Sind ja auch dabei. Wir haben noch ein bisschen Essen. Aber tatsächlich echt nicht viel. Bei 25 Zwergen ist das echt nicht so viel. Ich möchte tatsächlich jetzt aber noch kein Tier schlachten. Wir haben hier, wir haben Kühe und draußen und Pferde, die wir schlachten könnten. Und ein Ochsen. Am liebsten würde ich damit aber tatsächlich warten, bis wir hier oben vielleicht eine Food-Industrie haben. Auch das legendäre Bett möchte ich noch positionieren. Aber auch das werden wir erst positionieren für unseren Expeditionsstiegler, der zufälligerweise ich bin. Wenn wir hier unten ein bisschen unsere Industrie aufgebaut haben. Man kennt es aus Faktorio. Erst die Produktionsraten hoch treiben und dann sich um die Schönheit kümmern. Timmy Schwarze, du bist doch glaube ich schon da, Timmy, oder? Irre ich mich jetzt? Nee. Du bist doch nicht da. Ja, einmal kann ich mal kurz die Liste zeigen. Mach einen Screenshot oder so. Weil ich lasse das jetzt nicht die ganze Zeit auf. Die Liste ist hier. Und wir sind gekommen bis... Exalus. Du bist der nächste, Timmy. Tatsächlich. Der nächste Zeugt ist du. Exalus ist schon da. Und Timmy ist noch nicht da. Tiny Bear, du kümmerst dich hier um alles. Das ist ja schon klar. Deine Zwerge. Du bist der wichtigste Zwerg nach mir momentan. Mein lieber Bear. Was machst du gerade? Du bist am Socialisen, du nichts nutzt. Aber du bist halt unser Manager, unser... Manager, Bookkeeper und Broker. Ich bin eine Person. Hast also eine ganze Menge eigentlich zu tun. Aber du bist gerade in der Taverna am Socialisen. Das sei dir auch gegönnt. Oh, wir haben ein männliches Rentier. Das wird geschlepptet. Zehn Holztüren sind auch fertig. Das heißt, wir können nochmal pausieren. Wir können nochmal reingucken hier in die Work Orders. Es werden noch ein paar Sachen werden gemacht. Das ist tatsächlich nicht viel. Und auch nur Sachen aus Holz werden, aus Stein werden gerade hergestellt. Das ist okay. Gut. Dann werde ich hier unten jetzt die herzlichen Türen erstmal aufbauen. Dann muss ich das Schlaf gemächer damit... Also, das muss man jetzt mal wieder einstellen. Schlafzimmer designated. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das Ganze hier drüben nochmal. 2 mal 18, 16. Das passt. CJ, ich grüße dich, dass du dich mal wieder blicken lässt. Mach mal schnell Ausrufezeichen. Zwerg. Dann bekommst du einen Ehrenplatz unter meinen Zwergen, sobald ich genug Zwerge habe. Jo, Liss. Weißt du, was cool ist? Siehst du das? Was? Es dampft so sehr, dass die Laser sichtbar werden durch den Cappuccino. Okay. Zwischenfrage, kam der Adap? Nein. Der kam leider nicht. Auch da haben sie noch Probleme. Haben sich aber diesmal sogar entschuldigt, dass sie das Paket noch nicht geschickt haben. Hat geklappt, CJ. So, gut, dann machen wir weiter. Die Bootler lassen sich ein bisschen Zeit, aber es sind vier Leute am Buddeln. Also, normalerweise hat man nur zwei Bootler. Wir sind damit schon doppelt so schnell wie normalerweise. Aber ich habe ja gesagt, wir bauen tatsächlich ziemlich große Räume und Zimmer. Von daher braucht das eben auch alles seine liebe Zeit. Wir können aber jetzt schon mal damit anfangen, dass wir den Carpenter Workshop hier drüben abreißen. Dass sich da gleich mal ein Zwerg hinmacht und das hier wegnerdet. Und dann können wir hier gleich zwei neue bauen. Build, Workshop, Carpenter. Ich schätze C. Nee, es ist B. Dann machen wir hier einen Carpenter Workshop hin und dann Carpenter Workshop. Und hier sollen auch nochmal zwei, dass wir vier Stück haben. Ist auch überdimensioniert. Im Grunde würden zwei Stück reichen. Und wisst ihr was? Wir bleiben auch bei. Und wir werden sogar zwei von den Steinverarbeitern abreißen. Nochmal. Ich habe es mal anders überlegt. Wie reißen die hier weg? Grund seht ihr gleich. Dann kann ich hier auch nochmal vier andere Workshops hinbauen. Die sich Holz und Schneiden als Materialien teilen. Wie geht es dir so, CJ? Was ein Scheiß. Bei mir ist die ganze Twitch-Seite voll verpackt. Ja, das wird natürlich an Twitch liegen. Nicht an dir. Nein, Amazon ist schuld. Amazon kriegt das nicht hin. Ist klar. Aber schön, dass du dich mal blicken lässt. Prost. Bist du Silvester in Hamburg oder was? Also hast du jetzt überhaupt mitbekommen? Ich bin jetzt umgezogen offiziell. Selbst wenn wir uns gesehen haben, war ich ja noch Bruchsebruder. Jetzt bin ich Hamburger. So sieht es aus. Build Workshop. So, jetzt können wir hier bauen. Und zwar möchte ich hier unten hinbauen. Und ich mache mal ganz kurz Pause. Ja, pass mal auf. Wir können hier verschiedene Sachen bauen. Wir können einmal Mechaniker-Workshop bauen. Der stellt uns Mechanismen her, die wir unter anderem für Fallen brauchen. Der benutzt Steine. Also Mechanismen stellt man auch Steine her. Deshalb macht das Sinn, dass wir den unter den Steinnagerraum hier oben bauen. Dann der nächste Workshop, den wir bauen wollen. Schmieden uns, so brauchen wir noch nicht. Aber was heißt brauchen? Können wir noch nicht betreiben. Wollen wir Crafts haben. Das sind quasi Workshops, in denen viele verschiedene Dinge aus Knochen, Holz und Steinen hergestellt werden. So kleinere Sachen. Also keine Möbel, sondern eher so, was weiß ich, Becher, Amulette, Ringe, Ohrringe, Muck, kleine Figuren. Erde abtragen. Kriegst einfach auf die Spitzhacke hier. Spitzhacke, Spitzhacke. Und dann machst du einen Rahmen und dann wird das weggehackt. Einfach hier. Genau, Spitzhacke. M ist der Hotkey. Dann machst du so. Und hier, das Radierumel macht das wieder weg. So hackst du dich in Ebenen rein. Ich bin Programmierer, ich weiß, wie die Seiten funktionieren. Schau mal in WhatsApp rein. Ja, deinetwegen. Ach so, du meinst, wie du Erde richtig so herstellen. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Da musst du, ich erkläre es einmal kurz, eine Zone machen. Die Zone nennst du höchstwahrscheinlich. Wofür brauchst du die Erde? Weil damit kannst du Leben holen oder Sand, aber das meinst du gar nicht, ne? Ich wollte Erde und Wasser und Matt drauf. Ja, pass auf. Ich demonstriere es da einmal ganz kurz. Pass auf. Heb einen Raum aus. Das wird deine Farm. Mach daneben eine Treppe. Einen Raum höher. Bin ich jetzt hoch oder runter? So, einen Raum höher. Okay. Mach über diesen Raum auch einen Raum. Mit denselben Dimensionen am besten. Äh, Moment. So. Der Seenlose-Hörger, ich zeige dir das einmal ganz kurz. So, ja. Dass das ungefähr so aussieht. Dann gehst du hoch und machst hier einen Channel rein. Und zwar, was weiß ich, hier. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Aber was dann passiert, ist quasi, dass du hier unten eine offene Fläche hast. Dann hast du eine Treppe nach oben. Hast hier oben auch eine offene Fläche. Und hier in der Mitte, noch ein bisschen reinzoomen. Da siehst du, dass die Schaufel ein bisschen anders ist. Oder das ist keine Spitzhacke. Da ist eine Schaufel. So. Da machen die dann ein Loch. Okay. Und dann gehst du hin und nimmst eine Zone und sagst, Pit Pond. Machst diese Zone hier drüber, sodass in der Mitte das Loch ist, das du gebuddelt hast. Und das kann ich jetzt hier nicht einstellen, weil da ja noch Wände sind. Aber es würde dann quasi so aussehen, wenn wir das jetzt machen. Klickst du auf Akzeptieren. Und sagst, Designate. This Zone as the top of a pot. Dann werden Leute mit einem Eimer dahin laufen und in das Loch Wasser kippen, wodurch das Loch, das Wasser durch das Loch nach unten fällt. Also laufen hier hoch, gehen zum Loch, kippen da das Wasser durch den Eimer rein. Und dann landet es hier unten. Und es reicht ganz, ganz wenig Wasser. Und dann entsteht da unten Schlamm. Und den Schlamm, da kannst du dann deine Farben drauf bauen. Du musst aber, damit deine Zwerge wissen, wo sie Wasser herbekommen sollen, noch eine Zone machen. Ich habe das hier schon gemacht. Ich kann die nochmal eben löschen. Ist nicht schlimm. So, also Zone. Gehst du über Wasser. Sagst Wasserquelle. Gehst hier rüber und sagst, akzeptieren. Und dann hast du hier eine Wasserquelle. Und dann läuft ein Zwerg los mit einem Eimer. Holt sich das Wasser aus dem See. Läuft zu dem Loch. Ich würde jetzt da rein. Und das macht er so lange, bis das Ding voll ist. Oder bist du die Zone wieder löscht. Also warte mal in die Wasserzone. Da bleiben. Die da bleiben. Wasserzone, ja. Hab ich die andere Zone jetzt gelöscht? Oder ist die noch da? Hier war die da. Guck mal hier. Die muss ich einmal löschen. So funktioniert das. Du brauchst ein Loch und von oben kippen sie dann Wasser rein. Und ich kriege irgendwie keine Benachrichtigung. Weil mein Akkustand so leer ist. Mein Akkustand ist so leer, dass ich deine Nachricht nicht bekommen habe. Weil ich im Extrem-Spar-Modus war. Nur. Ja. Ist okay. Total toll, oder? Ich bin schätze ich unten. CJ hat alles kaputt gemacht. Ich bleib dabei, es ist dein Fehler CJ. Böse, böse, böse gemacht. Ganz böse CJ. So. Gucken wir mal weiter. Gleich hier sind die Lageräume fertig. Und die Workshops auch. Das heißt, ich habe hier drüben einen Mechaniker. Jetzt kann ich auch einmal reingehen und dem sagen hier, unserem Manager. Ich will einen neuen Auftrag. Und ich will Mechanisms haben. Und zwar aus Rock. Also ein Rock-Mech quasi. Leider macht dann da noch einen Anismus hinter. Das heißt, wir kriegen keinen tollen Stein-Roboter. Aber halt immer in 10-Steinen-Mechanismen. Das ist schon ganz gut. Das soll er mal machen. Und hier drüben haben wir jetzt einen Crafts-Dwarf-Workshop. Beziehungsweise zwei Stück sogar. Und weil mir das noch nicht reicht, mache ich noch einen letzten Workshop hier drüben hin. Einer, der mit Holz arbeitet. Da machen wir den Bowyer hin. Wir haben ja immerhin einen legendären Bowyer. Und der kann uns dann Armbruste basteln. So. Der Mechaniker-Workshop bekommt dann gleich seinen Auftrag. Das geht nicht sofort. Das wird erst passieren, wenn Tiny Beer das nächste Mal hier oben reinläuft und dann seine Aufträge vergibt. Hier oben die Lagerhallen werden jetzt auch nochmal kurz weggebuddelt von unseren vier Buddelsbergen. Das ist sehr schön. Dann können wir hier gleich einen Lagerraum reinmachen. Zack, zack, fertig. Jetzt geht's weiter. Buddler haben nichts zu tun. Buddler müssen hier weiter die Steine verschönern. Damit wir hier dann wirklich gleich mal Kleiderschränk und so weiter reinbauen können. Damit sollen die jetzt weitermachen. Und wir fangen jetzt an mit Lagerräumen. Wir haben einmal den Lagerraum hier drüben. Da wollten wir gerne Holz hinpacken. Boros sind falsch. Lagerräume hier. Jetzt ist die Frage, brauche ich das Ganze hier als Lagerraum für Holz? Das ist schon ziemlich, ziemlich viel eigentlich. Ich habe keine Nintendo Switch, aber die, die da neben mir sitzt, hat eine Nintendo Switch. Also meine Mitbewohnerin. Und hier soll Holz rein. Holz, zack, Holz, alles am Holz, bitte ist erlaubt. Alle, nicht alle, nein, alle Holzarten sind erlaubt. Das Ding ist, ich bin jetzt halt am überlegen, ob ich hier noch Knochen haben möchte. Denn diese Workshop-Signal, die sind ein bisschen komisch. Wir gehen noch mal kurz, damit ihr einen Überblick habt. Alles durch, ja. Das hier Steinmetz, der macht Möbel aus Stein. Tische, Stühle, Türen, solche Sachen, okay. Hier drüben ist der Schreiner. Der macht auch Möbel aus Holz. Betten, Türen, ist aber noch Kisten, kleine Schränke. Gut. Das hier unten ist der Mechaniker. Der kriegt gleich, der hat sogar jetzt hier schon sein, machen eine Mechanismusaufgabe. Ich weiß nicht, ob wir jemanden mit dem dazugehörigen Job in der Zwergenfestung haben. Aber da entstehen Mechanismen hier unten. Und die beiden Shops hier, die beiden Workshops sind, ja, was relativ Besonderes. Denn wenn wir hier mal reingehen, die haben sehr viel, was man hier bauen kann. Und hier nochmal Untermenüs. Ja, wir können Sachen aus Stein herstellen. Großer Stein, Edelstein, großes Stein, Amulett, großes Stein, Amulett, Kette, also Halskette. Eine Steinkrone können wir machen, Steinwürfel, Ohrringe, Figuren, ja. Und das können wir quasi alles auch nochmal aus Holz machen. Oder auch hier Bolzen aus Holz. Ist eine billige Alternative. Wenn wir noch keine Eisenverarbeitung haben, kriegen wir nur aus Holz Bolzen her. Für unsere Armbrüste. Und hat hier halt auch Bienenstöcke, Nestboxen, wenn nur irgendwie... Nestboxen sind quasi, wie würde man das im Deutschen sagen? Aber auch Nestbox, oder? Also wo quasi ein Huhn ein Ei reinlegt und dann ausbrütet. So eine Nestbox quasi. Oder irgendwelche Ringe und Zepter und solche Sachen können wir hier herstellen. Dann können die aber auch noch Sachen aus Knochen herstellen. Knochenamulette, sogar Knochenhelme teilweise. Knochenfiguren, Schnitzereien. Also alles, was so kleiner Miktschnack ist, können wir hier herstellen. Die sind also relativ besonders. Und hier drüben haben wir dann unseren Boja. Und der kann halt genau aus Knochenarmbrüste oder aus Holzarmbrüste herstellen. Ist nicht so wirklich viel. Aber immerhin. Ja, es gibt Faktorio jetzt für die Switch. Da schließt sich mir aber ehrlicherweise der Sinn nicht so wirklich. Weil ich will Faktorio definitiv an meinem PC spielen. Und nicht auf einer Switch. Also es gibt ja schon richtig coole Switch-Spiele und so. Lys hat zum Beispiel jetzt das neue Pokémon, was sie durchnerdet. Was eigentlich eine Vollkatastrophe ist, das Spiel. Also es ist nicht so gut, was ich mitbekommen habe. Von der Umsetzung her. Spielprinzip ist natürlich cool. Aber grafisch und so haben sie es voll verkackt irgendwie. Aber wenn ich Faktorio spiele, will ich meinen großen Bildschirm haben. Kann ich mir nachvollziehen, aber jeder wie er mag. Wir verteilen Aufgaben. Wir machen Crossbows. Und zwar aus... Erstmal aus Holz, würde ich sagen. Wood Crossbow. Boden Crossbow. So, ja. Zehn Stück. Dann haben wir zehn Holzarmbrüste. Dann machen wir mal Bolzen. Also Bolzen. Die können wir momentan halt theoretisch auch nur aus Holz und vielleicht noch aus Knochen machen. Auch jeweils zehn Stück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er macht immer 10er Stacks. Also ich glaube, das sind dann jetzt 100 Holzbolzen. Die wir machen und 100 Knochenbolzen. Kann aber sein, dass wir gar keine Knochen haben. Ich weiß nicht, wie das momentan aussieht. Können wir uns gleich mal angucken. Und den Überblick verschaffen. Dann machen wir vielleicht noch... Max. Das sind quasi Becher aus Stein. Steinbecher, zehn Stück. Dann machen wir noch mal Boden Caps. Das sind Becher aus Holz. Und dann ist uns schon mal ganz gut geholfen, glaube ich. Dann können wir noch mal Bins machen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Boden Bins ist es. Das sind quasi kleine Eimer. Die wir noch mal machen. Wir machen auch noch mal zehn Eimer. Damit machen wir nichts falsch. Dann laufen die damit erstmal durch. Sag mal, sieh noch eine Frage. Habe ich noch Spieler beschrieben? Ein Katapult für Meerjungfrauen? Oder dass sie so viel anderes erlebt haben? Wir haben die Spieler, die Meerjungfrauen-Babys in die Katapulte gepackt. Und gegen die Wand gedrückt. Hey, wir haben es gerade der Pult designt und dann Knopf gedrückt. Frag mich, wie diese Mechanik funktioniert. Du darfst nicht vergessen, es gibt teilweise auch Faktorio M. Warfortress Mods, die das Spiel auch mal ein bisschen anders machen. In dem konkreten Fall kann ich es hier nicht genau sagen. Ich habe mal einmal eine große Ballista aufgebaut. Tatsächlich. Das war einer meiner allerersten Spiele. Da habe ich einen langen Gang gemacht. An das Ende des Klangs eine große Ballista gebaut. Und wollte dann quasi, dass die Ballista in den Gang reinschießt. Um es mal so zu sagen. Wenn ich angegriffen werde, verstehst du, dass ich dann sagen kann, Jo, hier, schieß auf die Eindringlinge. Hat soweit auch einigermaßen geklappt. Nur, dass ich, als ich das Ding testen wollte, gerade ein Zwerg da lang gelaufen ist. Und dann wurde ein Zwerg von einer riesigen Balliste, von einer riesigen Ballista-Pfeil, Bolzen, wie man das auch heißt, geschossen, an die Wand getackert. Und ist halt verblutet und gestorben. Und daraufhin ist das Baby oder das Kind, ich weiß nicht mehr, ob es ein Baby oder ein Kind war, durchgedreht. Weil es halt so unglaublich traurig war, dass seine Mutter an die Wand getackert wurde. Oder der Vater, ich weiß es nicht mehr. Und das hat dann dazu geführt, dass, während ich erzähle, mache ich hier mal ein paar Kisten schon mal in die Räume. Weil Kisten müssten eigentlich gehen. Kisten immer oben, habe ich gesagt. Dann ist das Kind halt so unglaublich traurig geworden, dass es dann angefangen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es Amor gelaufen ist. Es kann sein, dass es sich aus der Gesellschaft zurückgezogen hat und dann versucht hat, ein Artefakt herzustellen, aus dem Knochen seiner Eltern. Das war sehr, ich weiß noch, das war sehr, sehr makaber. Ich war auch mal in einem Landstrich, wo es Blut geregnet hat und alles, was gestorben ist, quasi als Zombie wiederauferstanden ist. Es geht einiges. Also ich habe schon echt viel War Fortress gespielt und bis jetzt ist fast jeder Run unterschiedlich zu Ende gegangen. Und ich merke gerade, ich muss mich konzentrieren, wenn ich hier Sachen mache, sonst mache ich nur Bullshit. Ich mache mal eben hier noch die Kisten zu Ende. Kiste, immer oben, habe ich gesagt. Oben, 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 oben. Jeder Zwerg kriegt eine eigene kleine Kiste. Machen wir es hier auch oben. Dann machen wir es hier. Mein System scheitert. Oben, 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 oben. So, der hat eine Kiste, der hat noch keine, der hat noch keine, der hat noch keine, der hat noch keine. Machen wir die da hin, so, ist ja egal. Die haben alle Kisten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei denen hier unten aussieht. Da müssen wir noch kurz warten, bis die fertig sind. Kleiderschränke kann ich dann auch machen, aber da will ich warten, bis die Räume wirklich komplett verschönert sind, damit ich nur einen Arbeitsschritt quasi habe. So, was gibt es hier alles für Benachrichtigungen? Wir haben Erze gefunden, meisterhafte Sachen wurden hergestellt, Türen und Tore wurden gebaut. Wir haben noch mehr Besucher. Ach ja, bei den Besuchern können wir noch mal ein bisschen mithalten. Unsere Taverne ist noch ein bisschen trostlos. Wir bauen also noch mal ein paar Möbel und dann ein paar Tüche hier. Tüch, Tüch, Tüch. Tüch, wir hatten mal einen Tisch. Reicht. Reicht. Wird das Holz jetzt hier oben eigentlich nur eingelagert? Ja. Damit fangen sie langsam aber bei sich an. Ich frage mal ein bisschen raus. Jetzt dürfen wir eigentlich auch keine Eidler haben, weil jeder, der nichts zu tun hat, müsste eigentlich loslaufen und zumindest mal Holz holen, damit hier oben das der Holzlagerraum voll wird. Da brauchen wir gleich noch einen Lagerraum für richtig Essen und so weiter. Hier seht ihr draußen, liegt noch ein bisschen Holz rum. Das ist ganz gut. Ja, es geht halt wirklich eine Menge Tiny Vier. Es ist halt echt krass. Ich weiß noch, mein erster Run, den habe ich so lange gespielt. Der lief echt relativ gut fürs erste Mal. Also die ersten ein, zwei Mal habe ich neu angefangen, ohne dass das Großes passiert ist. Einfach, weil ich mich mit den Controls und zuerst mal anfreunden musste. Aber meine erste Festung, die dann richtig lief, quasi, die ich bis zum Ende gespielt habe, wurde von Goblins überrannt. Worauf ich ihn dann beim zweiten Mal dachte, haha, ihr Wichser, okay, Goblins sind gefährlich. Ich werde meine Verteidigung schneller aufbauen. Dann habe ich einen riesigen Ball um meine gesamte Festung gebaut. Eine riesige Mauer einfach. Komplett einmal rum. Woraufhin beim zweiten Spielstand auch ich wieder von Goblins angegriffen wurde, aber von Goblins, die auf Riesenfledermäusen geritten sind, über die Mauern geflogen sind und dann in meine Festung gekommen sind und mich dann weggemacht haben. Dritter Spielstand, das weiß ich auch noch, dann habe ich nochmal neu angefangen. Da habe ich relativ lange meine Sachen draußen liegen lassen, so wie jetzt auch. Und dann sind Menschenaffen gekommen, also so Chimpansen-mäßig, und haben mir meine Items draußen gekauft. Die sind rausgelaufen, haben mir Sachen geklaut und sind damit abgehauen. Teilweise meine Spitzsacken und so. Richtig mies. Es geht halt echt einiges. Dann wurde ich mindestens zwei oder dreimal von vergessenen Bestien platt gemacht. Das sind halt riesen, nicht Gottheiten, aber halt legendäre Wesen. Drachen, Hüterinnen und solche Sachen. Das habe ich auch noch nie geschafft. Da gab es einmal einen zweiköpfigen Ogre, dem ich einen Kopf abgehackt habe und dann hat er mich platt gemacht. Und einen von Gottenbiest habe ich tatsächlich mal komplett platt gemacht. Aber das hat so große Verluste, Schneisen in meine Zwergen reingerissen, dass danach die Tantrumspirale eingesetzt hat und alle meine Zwerge durchgedreht sind und sich gegenseitig auf die Presseglauen haben, weil alle unglücklich waren. Unser Jagdhund kämpft. Ich gucke mir das mal eben ganz kurz an, weil das Kampfsystem einfach super ist. Der Jagdhund fetzt sich hier gerade mit einem Schlachtel-Schwein. Wir können mal eben hinzoomen, ob wir das noch finden. Gucken wir eben ganz kurz, wo das genau passiert ist. Ich glaube, ich muss mir den letzten Eintrag wahrscheinlich angucken. Oder ich gehe über die Einheiten mal ganz kurz, mal gucken, ob ich die Stelle finde. Wo sind meine Animals? Hier Pets und Livestock, Hunting Dog. Wir haben zwei Jagdhunde, die wahrscheinlich auch mit Lüssen unterwegs sind. Wo sind die? Da haben wir einen Jagdhund. Ah, hier liegt auch ein Knochen eines Porcupines. Und da liegt der tote Porcupine. Vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Aber hier liegt der Porcupine, also das Stachelschwein. Und da über ist der Stachelschwein Knochen. Und der Hund hat ihn scheinbar erfolgreich gerippt hier oben. Der gute Zulban war das auch. Ja genau, Zulban kämpft gegen das Stachelschwein. Wir gucken uns das mal eben an. Das Kampfsystem in Dwarf Fortress ist halt so legendär. Einfach weil es gibt keine HP. Einheiten haben nicht 100 Leben und kriegen 100 Schaden und sind dann tot, sondern sie haben auch gar eine Gliedmaße, Zähne, Finger, Haut, Muskeln, Sehnen. Und wenn man die Sachen kaputt macht, ist das Wesen halt immer weniger einsatzbereit, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und wenn du genug kaputt machst, sterben sie dann irgendwann. Jagdhund beißt Stachelschwein, aber Stachelschwein springt zur Seite. Jagdhund beißt das Stachelschwein in den rechten hinter, die Pfote hinten rechts müsste das sein, und reißt dabei am Muskel. Der Jagdhund beißt das Stachelschwein nochmal, aber es springt zur Seite, und dann verfehlt der Jagdhund dreimal. Der Jagdhund rennt auf das Stachelschwein zu. Der Jagdhund kollidiert mit dem Stachelschwein. Das Stachelschwein wird übergeworfen und verliert das Gleichgewicht und fällt um. Der Jagdhund beißt dem Stachelschwein in den Oberkörper, reißt an den Muskeln und verpasst dabei seinem linken Lungenflügel einen blauen Fleck und eine Prellung. Das Stachelschwein hat Probleme zu atmen. Hier sieht man das zum Beispiel ganz gut. Der Hund läuft auf das Stachelschwein zu, nachdem es ihn schon zweimal gebissen hat, rempelt ihn an. Das Stachelschwein fällt um, der Hund beißt nochmal zu und erwischt den Oberkörper vom Stachelschwein und beißt so fest zu, dass quasi die Lunge geprellt wird und dadurch hat das Stachelschwein jetzt einfach Probleme beim Atmen. Das ist das krasse Kampfsystem in Warfordress. Der Jagdhund beißt das Stachelschwein nochmal in die Pfote und dann wird der Muskel wieder ein bisschen verletzt. Diesmal ist der Jagdhund aber so krass und beißt sich richtig fest in das Stachelschwein. lässt also nicht sofort wieder los. Das Stachelschwein beißt den Jagdhund in die rechte Vorderpfote und durchdringt dabei die Haut und gibt dem zu unterliegenden Fett auch eine Prellung mit. Der Jagdhund füttelt das Stachelschwein an der rechten Vorderpfote, wo er zugebissen hat, hin und her und zerreißt dabei die Muskeln des rechten Vorderfußes und sogar der Knochen wird dadurch geprellt. Eine Arterie im rechten Vorderfuß wird geöffnet durch diesen Angriff. Sehr viele Nerven werden dadurch zertrennt. Ein Ligament hat sich abgerissen. Ich glaube Ligament wäre ich verwechselt als jedes Mal. Ich glaube Sehnen. Ich glaube Ligament sind Sehnen oder Knorpel. Ja, wurde abgerissen und Tendon ist weiß ich nicht mehr. Ligament und Tendon muss ich nachgucken. Das muss ich jedes Mal. Ich muss mal schön zurück wo die Tendon Deutsch ist Sehne und was war das andere? Tendon ist Sehne und das andere war Ligament oder so. Ist ein Band. Ich werde mir das nicht merken können. Also Band und Sehne sind die beiden Wörter, die wir hier suchen. Schüttelt sich beim Beißen. Ja, naja, genau so läuft es. Also er beißt sich an den Vorderfuß fest, schüttelt hin und her und dabei reißen die Sehnen und die Bänder. Dem Stachelschwein geht es glaube ich nicht mehr so gut. Der Jagdhund beißt das Stachelschwein jetzt nochmal in den vorderen Zeh. Richtig fies. Aber der Angriff also er hat keine keine Stelle gehabt wo er sich festhalten kann. Schafft es dann aber sich da festzubeißen. Der Stachelschwein beißt aber jetzt auch wieder unseren Jagdhund in den rechten Vorderfuß. und verletzt ihn auch, reißt ein bisschen am Fett und trifft sogar den Muskel. Der Hund schüttelt das Stachelschwein immer noch hin und her. Ja, und sie beißen sich jetzt hier halt quasi die ganze Zeit. Uh, okay, der ist fies. Hier, das Stachelschwein beißt unseren Hund nochmal ein bisschen auch wieder in den linken Hinterlauf. Aber jetzt der Hund, der Jagdhund schüttelt das Stachelschwein an, er hat nur den Zeh gebissen, aber schüttelt dabei quasi, ne, also er hat den rechten hinteren Zeh den ersten The First Right Rear Toe also den ersten Zeh hinten rechts hat der Hund quasi im Mund und schüttelt und zwar so stark, dass der Zeh abreißt. Also hier, dieses Severed Part Sails Off in the Ark heißt, wie wir fliegt in einem hohen Bogen davon. Der Zeh wurde abgebissen und fliegt im hohen Bogen herum. Ja. Ähm, der Zeh wurde abgerissen und verbleibt im Gebiss oder im Mund des Jagdhundes. Der wird sich freuen, hat er Leckerli. Ja. Und dann, sogar das haben sie berücksichtigt. richtig viel Kass, das ist Hallo Bondi. Und sogar das ist hier berücksichtigt. Der Jagdhund lässt den Zeh des Stachelschweins fallen beim nächsten Angriff. Fällt er ihm quasi aus dem Mund. Dann beißt er noch mal das Stachelschwein, da geht das hier ein bisschen hin und her. Mal gucken, was als nächstes passiert. Uh, okay. Hier oben in Thiel steht dann noch mal, dass der Jagdhund das Stachelschwein in den Oberkörper gebissen hat und schüttelt das zweimal. Porcupine war betäubt. Porcupine, also Stachelschwein, versucht noch mal den Hund anzugreifen, aber verfehlt. Der Hund schüttelt das Stachelschwein am Oberkörper hin und her und dabei reißt das Körperfett des Stachelschweins. Das Stachelschwein gibt dem Schmerz nach. Der Jagdhund beißt dem Stachelschwein in den Kopf und verletzt dabei die Muskeln. Der Jagdhund schüttelt das Stachelschwein umher, während der Kopf des Stachelschweines in seinem Maul steckt. Eine Arterie im Kopf reißt durch den Angriff. Eine Sehne im Band oder eine Sehne im Schädel reißt. Der Hund geniebelt dann noch mal zu und beißt dem Stachelschwein in den Kopf. Eine Arterie im Kopf öffnet sich. Im Schädel hat sich auch noch eine Sehne gelöst. Und das war dann glaube ich so ziemlich das Ende. Da ging es dem Porcupine dann nicht mehr so gut. Ja, ja. Es ist halt wirklich krass. Das ist jetzt nur der Kampf zwischen Stachelschwein und Hund gewesen. Das ist schon richtig krass. Ich kann hier nochmal reingucken. Steht hier, wie es stirbt. Ne, ist derselbe Report. Ist einmal aus Sicht des Hundes, einmal aus Sicht des Stachelschweins. Deshalb ist das hier quasi zweimal aufgeführt. So, aber das heißt auch, dass wir hier draußen jetzt einen Porcupine Korps haben. Was eigentlich dann bedeuten sollte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kurz mal meine Basis finden hier. Unsere Basis. Mal kurz gucken. Sollte hier jetzt vielleicht der Auftrag sein im Batcha Workshop eigentlich, dass das Tier auseinandergenommen wird. Batcha in Animal sollte eigentlich Sinn sein. Es ist mal wieder Zeit zum Speichern. Ja, das können wir machen. Einmal speichern können wir auf Speicherstand 1. Das ist keine so schlechte Idee. Wobei, so viel ist noch gar nicht passiert, weil ich so viel erzähle schon wieder. Ich mache nur langsam Wortschritt, wenn ich euch die ganze Zeit so alles erkläre und entertaine. Aber das ist okay. Wir machen mal einfach schön weiter jetzt hier und machen noch mal ein bisschen mehr Action, weil ich kann nur noch ungefähr eine Stunde, so um 8 ungefähr, wollten wir ganz gerne essen. 8,5, 9. Na, das ist einfach so ein Stündchen. Hat sich ein bisschen verzögert alles, weil ich halt eben noch programmiert habe. Wird in Zukunft öfter passieren. Ich werde das so machen, dass ich versuche, wenn Alex, also Lüss, Spielschicht hat, dass ich um 18 Uhr mit meinem Warford-Stream anfange. Vielleicht verschiebe ich das noch eine Stunde nach hinten auf 19 Uhr, da bin ich mir nicht ganz sicher. und dass ich davor aber schon mal online gehe mit dem Programmieren, weil ich glaube, da werde ich vielleicht eine YouTube-Serie draus machen oder vielleicht werde ich das streamen. Wenn euch das interessiert, müsst ihr mal sagen, ob euch das bockt oder nicht. Weil mir macht das mit dem Programmieren richtig Spaß und ich werde das definitiv weiter verfolgen und wenn ihr da ein bisschen zugucken wollt oder einige von euch als Fattorio-Spieler haben da ja auch Hintergrund, können wir mir dann noch gute Tipps geben. Von daher ist das bestimmt dann ganz hilfreich auch für mich. So, pass auf, was sind hier die nächsten Pläne, die wir haben? Ich möchte eigentlich meine Industrie weiter aufbauen. Wir brauchen unbedingt mehr Lagerräume für die Möbel. Die stehen hier noch alle rum, alle Kisten, Barrels und so. Alles, was wir haben, steht da nur auf doof rum. Voll nervig. Und dann brauchen wir meine richtig guten Zwerge, also die noblen, die administrativen Zwerge mit den guten Berufen, den einmaligen Berufen. Die brauchen im Grunde mehr Platz. Aber seht ihr das hier oben? Wir haben nur noch 16 Einheiten Fleisch und 16 Einheiten Nahrung. Wenn wir jetzt mal eben gucken hier. Und wir gehen auf Fisch haben wir gar keine, Ecks haben wir gar keine. Ja, das ist okay. Ich will quasi herausfinden, wie viel Essen wir genau haben. Steht hier aber so weit gar nicht. Auf jeden Fall nicht bei Ich sollte vielleicht auch nicht bei Tee gucken, wenn ich Food suche, oder? So müssen wir bei F. Aber genau, es ist einmal als Miet aufgeführt. Wir haben noch Krokodilinnereien, Leoparden, Leber. Lecker, lecker. Zubereitetes, hungriges Köpfchen Innereien. So heißt die Mahlzeit. Habe ich mir nicht ausgedacht. Und Plusotter Innereien. Es gibt viele Innereien für uns. Ich würde euch gerne ein bisschen was Leckeres zu essen geben. Ja, irgendwie, dass wir mal ein Schwein schlachten oder eins von den Rindern draußen. Das Problem ist halt nur, dass ich dann wieder hier jetzt erstmal sagen muss, hört auf, das alles zu verschödern. Beziehungsweise macht hier vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter. Der Gang hier muss ja auch nicht schön sein. Macht die beiden Räume noch fertig. Und dann geht bitte buddeln. Da muss ich mir überlegen, wo soll meine Food Industry hin? Und es macht tatsächlich ja irgendwie Sinn, das hier auch in den Eingangsbereich zu machen. Faktorio, ach Quatsch, Warp-Wall-Spieler haben da ganz verschiedene Herangehensweisen. Einige gehen in den Ebenen hoch und runter. Ich mache jetzt hier tatsächlich eine relativ große Ebene, genauso wieder unter, dass ich quasi die Sachen auf den einzelnen Set-Levels relativ weit ausbreite. Kann man machen, wie man will. Ich werde hier den Gang hoch machen, hier den Gang hoch machen und hier den Gang hoch machen. Und im Grunde kann ich das dann eben wieder unten, dann nehme ich aber nicht den hier, fast nachbauen, wobei die Räumlichkeit hier natürlich ein bisschen zu weit raus geht. Das heißt, ich bräuchte hier tatsächlich hier eigentlich ein anderes. Wie habe ich denn das gemacht? Kurz mal überlegen, wie ich das designen muss, damit das unten gleich ist. Ich habe hier den Vierer Gang, das ist ja der hier, das ist der dann hier, bis dahin geht. Habe ich quasi auf der Höhe hier einen Eingang, dann drei Felder, dann nochmal und dann fünf. Dann kann da der, nee, einen noch. Dann kann da der Workshop hin, hier haben wir den Durchgang und hier kommen die Treppen nach oben. Hier wird aber das, nee, das passt sogar. Krass. Das heißt, hier könnte der erste Workshop hin. Oder mache ich dann Denkfehler? Hier würde dann der zweite hin kommen. So und so. So, der geht da durch und dann haben wir hier, da ist irgendwo ein Denkfehler. Weil der dahin muss. Das muss alles ein Feld weiter nach da drüben. Dann ist das ein Vierer Feld, dann kommt der dahin und dann kommt der dahin. Dann hätte ich hier einen Workshop und da einen Workshop. Das sind die beiden. Dann kommt ein Ausgang, ein Zweiergang. Hier wieder der Eingang. Und dann wieder fünf Felder, hier der Workshop hin. Hier der Durchgang. Dasselbe machen wir hier dann auch. Da durch, Treppen, Durchgang, Workshop. Gang nach oben, Gang nach oben, zwei Felder rum, zwei Felder Hier können wir halt auch drei Felder machen. Das ist nicht ganz synchron mit unten. Aber macht hier auf der Ebene Sinn. Weil ich hier ja dann schönen Abschluss noch da drüben habe. So, eigentlich wäre es, wenn ich es genau synchron zu unten bauen will, glaube ich so. Ich switche aber noch mit dem Mausrad runter. Hier sind es ja auch zwei Gänge. Der Fluss ist hier drüben. Hier, der graue, das graue Ding hier zwischen den Bäumen. Also ein Bildschirm ungefähr. So, und hier machen wir dann den großen Gang zwischen. Dann hätte ich hier nochmal vier Workshops. Und das habe ich hier unten halt nach links nochmal gebaut. Das geht hier aber halt nicht, weil hier mein Manager wohnt. Das heißt, da müsste ich mir dann was anderes einfallen lassen. Und das entweder ein bisschen versetzt nach oben machen oder die ganze Konstruktion einfach ein bisschen nach oben versetzen. Und ich glaube, das ist das, was ich will. Das heißt, ich würde quasi hier den Zweiergang machen. Ne, den Zweiergang macht daher gar keinen Sinn. Ich kann hier oben aber auch erstmal mit nur vier Workshops arbeiten beziehungsweise hier drüben noch die anderen Workshops machen. Dann machen wir hier direkt einfach die nächste Ebene. So, so. So, und so. Nach oben. Um. Um. Durch. Durch. Und hier drüben nochmal. So. 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 Und dann hätte ich hier meine was ist hier passiert? Ach so. Alles klar. Zwei Felder dazwischen die drei. Warum sind es hier vier und da drei Felder? Das ist doch schon falsch, oder? Ich glaube, ich vierer Gänge benutze. Ist das korrekt? Eins, zwei, drei, vier. Vier, vier und dazwischen zwei. Ah. Okay. Also hier fang ich nach zwei Feldern schon an. Quasi hier. Steht ihr? Zick, 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 zick. So wird ein Schuh draus. Der kommt da hin. Dann kommt hier wieder ein Drei oder Vierer Gang? Vier, vier. Zwei, zwei, zwei. Das hier ist ein Vierer Gang dann. Ich baue quasi das unten nach nur versetzt. Also die beiden sind gleich. Und hier geht es dann einen Block nach links. Und hier oben geht es dann halt einen Block nach rechts. Und dann ist es gleich. Dann müssen wir auf diese Höhe, auf diese Höhe. Und hier rüber. Der Gang geht da durch. Der Gang geht da durch. Dann haben wir hier den Zweiergang. Der geht da lang. Der geht noch 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 da lang. Und so. So ist es richtig. Kommt durch. Hier haben wir vier. Zwei, zwei. Das sind wieder vier. Das hier wären dann zwei. Und den kann ich dann tatsächlich da lang laufen lassen. So. Und dann habe ich hier meine Animal-Industrie. Hier sollen die Schlachter und Küchenleute rein. Köche, Schlachter, vielleicht auch Lederverarbeitung. Natürlich wollen wir dann auch alle Treppen haben. Das mache ich genau wie hier unten. Nur versetzt. Also hier gehen Treppen nach oben. Und nach unten. Nee, da nur doch. Ich muss das unbedingt mal umstellen. Ich muss das ja noch kurz umstellen. Das macht mich sonst echt fertig. Ich mache das jetzt schon immer noch nach vier Stunden falsch. Mausrad hoch geht eine Ebene nach oben. Und Mausrad runter geht eine Ebene nach unten. Das hört sich jetzt erstmal logisch an. Aber es fühlt sich falsch an. Weil ich mache es jedes Mal falsch. Wenn du... Ja. Schwer zu beschreiben. Wie mache ich das Fortress wahrscheinlich? Ja, da läuft es so langsam, weil die Steine so schwer sind. Deshalb kann ich dir gleich mal zeigen. Habe ich einen Lagerraum gemacht. Da musst du Schubkaren reinpacken. Dann nehmen sie sich die Schubkaren. Packen die Steine, die Schubkarre und dann sind sie schnell. Das müsste General sein, glaube ich, oder? Zoom in, Zoom in, Increase. Move Selector up. Move Selector down. Move Context. Move View Cursor up. Ich weiß halt nicht genau, wonach ich suche. Hier, Z, oder? Ist das Maus 4? Ich gucke mal, ob es E und C ist. E, C. Ja, was sind die beiden Hotkeys, die ich umstellen will? Settings, Keybindings, General. E und C habe ich gesucht. Hier, View Cursor down und ab. So haben wir Maus 4 und 5. Das heißt, ich muss jetzt ab nach... So machen und so. Die einfach beide tauschen. Musste ich speichern? Nee, ich glaube, jetzt ist es so, wie ich es haben will. Ja, jetzt ist es so, wie ich es haben will. Hat man eine bestimmte Zeit, in der man nicht angegriffen wird? Ich sehe noch keine Verteidigung. Oder ist das ein Dwarf Holders nicht so wichtig? Du kannst jahrelang spielen, ohne dass du jemals angegriffen wirst. Es kann aber auch sein, dass du relativ schnell angegriffen wirst. Es hat ein bisschen was damit zu tun, wie groß der Wert deiner Festung ist. Ich weiß nicht, ob wir den hier schon irgendwo sehen können. Tasks, Places, Labor. Früher gab es einen Status Screen. Da hat man halt gesehen, was die eigene Basis ungefähr wert ist. Und... Das sehe ich hier aber tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das hier rausfinden kann tatsächlich. Und je mehr deine Festung wert ist, desto eher wirst du angegriffen. Ja, ja, klar. Also, die wissen ja eventuell auch gar nicht, dass wir hier sind. So, aber genau. Ich designate jetzt erstmal das weiter. Also, es läuft so, dass... Runter. Unten fertiges Material. Da sind Treppen hoch und runter. Da sind nur die Treppen hoch. Das heißt, genau, das hier sind Treppen hoch. Ich habe es hier falsch gemacht. Moment. Der weg. Der auch weg. Und ich muss kurz konzentrieren. Treppe bauen nach oben. Nach oben. Das war runter. So, nach oben. Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Genau, also, je bekannter und desto prestigeträchtiger deine Festung, desto eher wirst du angegriffen. Es kann zum Beispiel sein, dass am Anfang des Spiels eher so Kobolde kommen. Kobolde klauen Kinder. Die entführen Zwergenbabys. Und ziehen sie dann in ihren Höhlen auf, sodass sie sich dann halt der bösen Gesinnung der Goblins anschließen. Und ansonsten gibt es Belagerungen. Also, es gibt entweder, es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Härte gerade im nächsten Mal. Also, man kann entweder Opfer eines Ambushes werden. Das ist quasi so ein kleiner, eine kleine Plünderung, die stattfindet. Oder es kann halt auch sein, dass eine richtige Belagerung kommt. Die bleiben dann teilweise auch sehr, sehr lange. Aber so lange ist hier noch nicht wirklich was zu holen. Was wollen die denn machen? Wir herkommen und dann Tüsche klauen aus Holz. So, hm. Interessiert sie halt nicht so unbedingt. Wir haben ein legendäres Bett. Das ist ein Artefakt. Das könnte schon interessant sein. Aber die Goblins müssen halt, stumpf gesagt, auch erstmal herausfinden, dass wir überhaupt hier sind. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und es darf nicht passieren. Aber man hat auch ein bisschen Zeit. Aber es kann halt auch schnell gehen. Das ist immer so. Wir sind halt auch wirklich, wirklich, wirklich dicht. Hoch und runter. Wir sind auch wirklich, wirklich dicht an Goblinsiedlungen jetzt dran. Ich weiß nicht genau, wie lange es dort ist. Wir werden es herausfinden. Ich meine, es ist noch das erste Jahr. Es kann auch sein, im ersten Jahr angegriffen werden. Das ist, glaube ich, super selten. Wenn man nicht gerade in einem super Hardcore-Gebiet ist. So, das geht hoch. Das sieht dann aus wie da. Und dann geht es runter. Da machen wir quasi einen großen Lagerraum. Jetzt muss ich mal kurz die Dimension abchecken. Was haben wir hier gemacht? Bisschen schade, dass hier nirgends so die Dimensionen stehen. Ich müsste jetzt zählen. Das war im alten Warfortress besser. Da hast du hier einen Zähler gehabt, der dir Anzeichen befällt. Wie war ich denn das jetzt am geschicktesten? Muss ich echt zählen. Es gibt kein Maßband oder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee, das macht mich nicht glücklich. Zwei, zwei. Von den Treppen jeweils zwei. Zwei, zwei. Und dann eins, zwei, drei, vier noch oben und vier noch unten. Vier und vier. Und dann können wir so, 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 so machen. Das hat einfach quasi synchron auf beiden Seiten. Ich werde jetzt nochmal speichern auf Nummer eins. Dann gehen wir in den nächsten Park. Wir sind nämlich bei einer Stunde und sieben Minuten. Und dann geht es weiter. Ja, ich weiß nicht wirklich, wie es geht. Das ist in Warfortress ein bisschen komplizierter gemacht. Du musst halt irgendwie die nächsten X-Maus-Klicke und Tastenklicke aufzeichnen. Und dann kannst du die auf Repeat wiederholen. Aber das habe ich noch nicht so wirklich. Ja, naja, Krücken hast du. Drei Krücken und drei Schienen. Arm-Schienen, Beinschienen hast du von Anfang an dabei. Würde ich aber wegmachen. Die kosten nur Punkte und du kannst die aus Holz sehr schnell selber bauen. Ich würde eh alles, was du aus Holz selber bauen kannst, nicht mitnehmen, wenn du in einem Startgebiet mit Bäumen bist. Weil das hast du innerhalb der ersten paar Minuten, wenn du willst, schon gemacht. So, ich beende den Park hier. Und im nächsten Park gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Aber die Festung, sie wächst und wächst und wächst. Das ist doch schon mal ganz schön. Und dann können wir gleich vielleicht auch schon mal die ersten Tiere schlachten. Und dann mal gucken, dass die Leichenteile, die noch draußen im Haupteingang liegen und unsere Zwerge unglücklich machen. Weil da halt, wie gesagt, hier vorne liegen halt Kanickelleichen und so rum in diesem Dings, dass wir die alle mal einlagern. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen. Und wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Ich mache kurz Pause. Und ja, gib mir noch eine Minute, dann geht es weiter. Ich will noch kurz da drüben ein Küsschen da lassen. Aber das hat sie gehört, verdammt. Das soll dann eine Überraschung sein. Bis gleich.